Yo Leute, was geht ab? Geht ab heute zu einem ganz anderen Video Und zwar machen wir heute einen Beat Beziehungsweise mehrere Beats Wir machen wieder so ein bisschen entspanntes Video So links, rechts, bla 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 Einfach nur so Ich würde es einfach ziehen, ziehen Ein cozy cook-up Einfach nur so ein bisschen chillig Ein bisschen kochen, es regnet draußen Ich wünsche euch einen guten Rutschnitts-Neujahr Weil heute ist ja New Year's Eve Beziehungsweise war es schon, wenn ihr das Video seht Ich habe hier vorbereitet Eine Candle Hier Sweet Vanille Falls ihr sowas öfters sehen wollt So ein cozy Ding Schreibt mir das gerne in die Kommentare Ich überlege nämlich Livestreamen anfangen Und das wird sich ja anbieten Weil das ist ja eigentlich nichts anderes als ein Livestream Aber nur prerecorded Ich habe hier Untertitelung des ZDF, 2020 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 Vielen Dank. 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 Bye. 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 Bis zum nächsten Mal. 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 Michael Myers is alive. Bis zum nächsten Mal. Michael Myers is alive. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.